Wollen wir uns jetzt einmal die Einstellungen anschauen, die sich sozusagen im Hintergrund von Google Drive befinden. Diese öffnen wir hier oben rechts über das Zahnrad-Symbol, indem wir auf Einstellungen klicken. Die Einstellungen unterteilen sich in drei Kategorien. Die allgemeinen Einstellungen, die Einstellungen für Benachrichtigungen und die Einstellungen für zusätzliche Apps. Und diese wollen wir jetzt nacheinander einmal kurz durchgehen. In den allgemeinen Einstellungen finden Sie Informationen zum Speicherplatz, wie viel Speicherplatz in Google Drive in ihrer Ablage verwendet wird. Sie finden Informationen zu den Spracheinstellungen und verschiedene weitere Optionen, auf die Sie hier Einfluss nehmen können. Zum Beispiel können Sie festlegen, ob Dateien beim Hochladen direkt in das Google-Dokumentenformat umgewandelt werden. Um dies zu realisieren, setzen Sie hier das Häkchen. Außerdem finden Sie hier Informationen zum Offline-Zugriff. Dieser ist standardmäßig immer aktiviert, erkennbar durch das blaue Häkchen hier. Und dadurch werden vor kurzem verwendete Dateien aus Google Docs, Google Tabellen und Google Präsentationen auf diesem Gerät offline verfügbar gemacht, zum Erstellen, Öffnen und Bearbeiten, auch ohne eine Internetverbindung. Außerdem können Sie hier sozusagen Einfluss auf die Benutzeroberfläche nehmen. Das heißt, Sie können den Kompaktheitsgrad von Google Drive beeinflussen. Standardmäßig steht der hier auf Normal. Über den kleinen Abwärtspfeil können Sie den auch noch kompakter oder noch schmäler gestalten. Das einfach mal ausprobieren, ob da eine andere Einstellung für Sie geeignet ist. Und außerdem können Sie auf die Vorschläge, die Ihnen hier an Einstellungen sozusagen schon vorgegeben werden, Einfluss nehmen. Und zwar können Sie hier an oberster Stelle den Schnellzugriff, der Ihnen wichtige Dateien eben griffbereit macht, deaktivieren. Wenn Sie sagen, den brauche ich gar nicht. Sie können hier Einfluss auf die Reihenfolge im Bereich für mich freigegeben nehmen. Das heißt, Sie können deaktivieren, dass wichtige Personen und Dateien eben immer oben angezeigt werden. Und was Sie außerdem hier festlegen können, das ist standardmäßig eben nicht aktiviert, ist, dass Sie die Priorität, also Ihre Arbeitsbereiche, die Sie sich selbst gestalten können, in denen Sie sozusagen einen persönlichen Schnellzugriff gestalten können, die können Sie auch als Standardstartseite festlegen. Das würde dann bedeuten, wenn Sie Google Drive im Browser laden, dann gelangen Sie nicht in Ihre Ablage, sondern direkt zu Ihren Arbeitsbereichen. Wenn Sie also intensiv mit diesen arbeiten, könnten Sie hier das Häkchen setzen und die Prioritäten als Ihre Standardstartseite festlegen. Neben diesen allgemeinen Einstellungen können Sie Einstellungen zu den Benachrichtigungen treffen. Das heißt, Sie können entscheiden, ob Sie im Browser über Veränderungen in Google Drive benachrichtigt werden wollen oder per E-Mail. Dazu zählt zum Beispiel dann die Freigabe als eine Benachrichtigungen. Und zusätzlich finden Sie unter Apps verwalten eben die mit Google Drive verbundenen Apps. Da sind einmal die Standardeditoren zu finden, also Google Docs, Google Formulare, das Jamboard, Präsentationen, Tabellen und so weiter, die als einzelne Editoren eben auch als Google Apps bezeichnet werden. Und zusätzlich können Sie hier in der Übersicht auch noch Erweiterungen finden, sprich zusätzliche Add-ons oder Apps, die Sie installiert haben. Und über diese Einstellungsansicht hier können Sie gegebenenfalls eben auch die Verbindung mit Google Drive entsprechend aufheben. Somit haben Sie jetzt hier einen kurzen Überblick über die Einstellungen im Hintergrund erhalten und wissen jetzt einfach, worauf Sie hier noch Einfluss nehmen können. Werfen Sie auch in Ihrer Ablage einfach mal einen Blick in die Einstellungen und schauen Sie, was Sie da noch entsprechend anpassen könnten.